hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist freundlich der riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes geht es um die aktuelle bitcoin kurskorrektur und wir gucken mal richtung defi außerdem gucken wir uns die aussagen von willy wu an der behauptet dass wir uns in der frühen haupt bullenphase befinden und zu guter letzt gucken uns noch die entscheidungen von dem unternehmen micro strategy an die bitcoins im wert von knapp 250 millionen us dollar gekauft haben gucken wir uns das allererste thema und hierbei geht es vor allem um die bitcoin kurskorrektur ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen wir haben den bitcoin jetzt einige male gesehen wie er versucht hat die 12.000 dollar zu erklimmen und zu überspringen er ist jedes mal an dieser marke gescheitert wohingegen er jedoch einmal kurz über diesen wert hinaus gekommen ist danach gab es immer eine kleine konsolidierung wir sind dann wieder unter 12.000 dollar abgesunken und aktuell ist es so dass wir bei knapp 11.500 dollar unterwegs sind heißt also wir haben schon wieder knapp zwei prozent verloren im vergleich zum vortag die meisten anderen top altcoins die sind davon ebenfalls betroffen nicht nur eth die es aktuell nicht schaffen über 400 dollar hinaus zu kommen aber auch ripple konnte ordentlich noch mal an wert einbüßen hierbei kann man aber grundsätzlich von einer sehr gesunden konsolidierung der kryptowährungen reden denn die meisten kryptowährungen haben eine sehr sehr starke performance in den letzten monaten gezeigt und da kann es immer mal wieder sehr sehr gesund sein dass es eben zu entsprechenden abkühlungen kommt die also sehr sehr positiv für den kryptomarkt allgemein sind deswegen sollte man hier nicht den kopf in den sand stecken und daran verzweifeln sondern eben auch die positiven seiten daran sehen falls man also das interesse sowieso hatte in den bereich einzusteigen dann ist das vielleicht eine sehr gute chance natürlich ist das nicht unbedingt garantiert dass man nicht vielleicht in den nächsten wochen noch mal günstiger einsteigen könnte wenn man dann aber sowieso ein dollar cost averaging verfahren nutzt dann kann man sowieso davon profitieren dass man dann also noch mal einen günstigeren entry gefunden hat was natürlich auf der anderen seite sehr beeindruckend ist ist dass der coin chain link überhaupt nicht davon betroffen ist er gehört ja zu den top 10 coins die wir aktuell haben wenn es um die marktkapitalisierung geht und das ist der einzige coin der sogar in der top 5 unterwegs ist und noch ein plus von 5 prozent verzeichnen konnte das ist natürlich sehr beeindruckend alles in allem sehe ich diese entwicklung eben nicht negativ wir gucken uns eben auch bei dem zweiten artikel mal an welche positiven aussagen es gibt vor allem in welcher marktphase wir uns aktuell befinden sollen unabhängig davon sehen wir eben auch dass der open interest weiter auf hohem niveau ist hierbei geht es um die gesamtheit der ausstehenden verträge bei den bitcoin futures der chicago exchange und hier liegen wir jedenfalls am gestrigen tag vor handelsschluss bei einem wert von insgesamt 746 millionen us dollar die dort also investiert worden sind das ist natürlich eine sehr sehr schöne zahl die man dort sehen kann und das ist natürlich ein guter orientierungspunkt zur beermessung des institutionellen interesses an bitcoin derivaten man kann grundsätzlich davon sprechen dass das interesse immer noch hoch ist und die verläufe zeigen das auf jeden fall auch dass im laufe des jahres immer mehr volumen in diesen markt gesteckt wurde um entsprechende positionen zu halten alles in allem sieht es neben den fundamental daten also auch hier sehr positiv aus wenn wir dann richtung defi gucken da sehen wir dass sich der markt natürlich auch weiterhin bewegt hier gibt es einige coins die also auch ein sehr sehr gutes ja niveau erreichen konnten beziehungsweise auch entsprechend gut unterwegs sind die aktivität der trader ist relativ hoch wir sehen einige coins beziehungsweise defi anwendungen die eben eine sehr sehr hohe beteiligung haben oder eben auch einen sehr sehr starken zuwachs gewinnen konnten das kapital was gelockt wurde steigt ebenfalls kontinuierlich und auch der defi markt ist also weiter extreme am boomen und zu guter letzt gucken uns natürlich noch die aktiven adressen an denn auch hier sehen wir natürlich dass die entwicklung natürlich nicht unrelevant ist es gibt einige personen die sagen dass es wahrscheinlich mit bots zu tun hat und theoretisch kann auch jede person mehrere adressen haben auf jeden fall sehen wir dass aktuell über eine million adressen sehr sehr aktiv sind das heißt also über eine million adressen sind aktiv und empfangen oder versenden bitcoins und das alleine am 11 august das ganze sieht so aus als hätten wir das niveau von dem all time high aus dem jahr 2017 fast erreicht wir sind da jedenfalls kurz darunter das alles sieht also auch sehr sehr positiv aus und das lässt natürlich auf positive monate natürlich einstimmen was haltet ihr von dem ganzen thema und glaubt ihr dass der bitcoin sich nochmal fangen kann um dann die 12.000 dollar langfristig zu überschreiten schreibt es gerne mal in die kommentare wenn ihr euch grundsätzlich für das thema bitcoin und kryptowährungen interessiert dann solltet ihr euch auf jeden fall die ersten beiden links in der video beschreibung angucken zum einen habe ich euch aus meiner sicht das beste hardware wallet verlinkt was es aktuell auf dem markt gibt und noch ein sehr spannendes buch für alle bitcoin enthusiasten gucken wir uns das zweite thema an und hierbei geht es um die aussagen von willy wu der darüber spricht dass wir uns in der frühen haupt bullenphase befinden sollen er vergleicht das ganze mit dem q4 2016 mit einem gewaltigen unterschied willy wu hat bereits in der vergangenheit sehr sehr viele prognosen veröffentlicht er gehört ja zu den populärsten statistikern die wir in dem kryptobereich haben und deswegen ist natürlich auch sein wort sehr relevant in der szene um hier zu gucken was in der nächsten zeit so potenziell passieren kann deswegen sagt er folgendes vor kurzem begann die frühe haupt bullenphase wir sind wieder im vierten quartal 2016 aber es spielen andere dynamiken und motive mit und er sagte dazu vorher noch dass eben der bullenmarkt bereits april 2019 begonnen hätte das ist eine ziemlich spannende aussage da wir dort zu dem zeitpunkt jedenfalls sehr stark unter dem niveau von 12.000 dollar unterwegs waren unabhängig davon glaubt er jedenfalls dass wir uns auf einem sehr sehr guten weg befinden um eben die bullenphase in den kommenden jahren dann erfolgreich abschließen zu können dazu sagt er ich denke dass bitcoin sich in diesem zyklus als legitime makro anlage für traditionelle investoren erweisen wird der zyklus danach wird gold überholen und bitcoin damit zu einem bedeutenden digitalen wertspeicher für ein digitales zeitalter machen eine meinung die wir sicherlich in der vergangenheit schon sehr häufig gehört haben die größten unterschiede zu dem jahr 2016 aus seiner sicht sind definitiv der leichte zugang wenn es um den kauf von kryptowährungen geht das heißt also egal ob es nun square ist oder in zukunft sogar paypal es gibt sehr sehr viele apps die es uns möglich machen überall auf der welt ohne irgendwelche beschränkungen einkaufen zu können mobile banking ist natürlich auch ein thema was absolut relevant ist und die ganzen institutionellen investoren die angefangen haben in entsprechende bitcoin derivate zu investieren all diese dinge die gab es 2016 in dieser art und weise noch nicht nun fangen eben auch unternehmen an zu investieren weil sie die gewinne der aktionäre nach oben pushen wollen man sieht also auf jeden fall einen starken wandel und dann gibt es natürlich noch weitere investoren die davon ausgehen dass wir in der nächsten zeit noch weitere gewinne zu erwarten haben zum beispiel der makroinvestor denn tapero der eben davon sprach dass er davon ausginge dass wir in der nächsten zeit beziehungsweise in den nächsten monaten und jahren da geht es also wirklich um langzeit investitionen eine rendite von dem fünf bis zehnfachen haben werden das ist natürlich eine extrem gewagte aussage und ist natürlich höchst spekulativ aber es wäre natürlich sehr schön wenn wir hier noch mal eine verfünf oder verzehnfachung sehen könnten dazu sagte er folgendes es fängt gerade erst an sollte ein paar jahre anhalten da eine zweieinhalbjährige konsolidierung eine fantastische grundlage für einen steilen anstieg ist der ausbruch über alte höchststände wird explosive folgen haben zeit zum abwarten und tee trinken man sieht also ganz klar neben den ganzen bekannten wie zum beispiel plan b und weiteren bitcoin maximalisten dass es weitere personen und persönlichkeiten gibt die sich sehr sehr positiv zum bitcoin äußern und eben davon ausgehen dass wir in der zukunft noch mal sehr sehr starke bitcoin preise sehen werden ich bin sehr gespannt ob sie recht behalten werden oder nicht und halte euch natürlich hier auf dem laufenden gucken wir uns das letzte thema an und hierbei geht es um das unternehmen microstrategy und dieses unternehmen hat nun bekannt gegeben dass die bitcoins im wert von 250 millionen us dollar eingekauft haben das unternehmen gehört zu den größten börsennotierten business intelligence unternehmen die es auf diesem planeten gibt laut wikipedia hat das unternehmen knapp 2600 mitarbeiter arbeitet in insgesamt 128 städten in 89 ländern und laut der pressemitteilung die gestern herausgegeben worden ist haben sie nun ein investment in höhe von 250 millionen us dollar in den bitcoin getätigt damit konnten sie also 21.454 bitcoins kaufen und die grundsätzliche idee dahinter war einfach den wert langfristig zu maximieren damit also die die aktionäre sehr sehr viel kapital daraus schlagen konnten und sie haben sich bewusst gegen bargeld entschieden es gibt hier verschiedene aussagen von dem unternehmen die eben mitbekommen haben und auch den bitcoin natürlich entsprechend wertschätzen dass der bitcoin die zukunft ist sie vertrauen darauf dass der bitcoin langfristig gesehen ein zuverlässiges wertaufbewahrungsmittel ist was entsprechend attraktiv ist wenn es um investitionen geht außerdem glauben sie daran dass es ein wertsteigerungspotenzial hat und das deutlich höher ist als es beim bargeld der fall ist hier zielen sie natürlich auf das thema der inflation hinaus denn sie wollen natürlich darauf hinweisen dass wir gerade vor großen problemen stehen das haben sie natürlich auch noch mal kundgetan dass die maßnahmen der zentralbanken aus ihrer sicht also nicht richtig sind und das ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit zu einer entsprechenden inflation kommen wird und da wollen sie sich natürlich vor schützen das sind natürlich dinge die sie mit dem bitcoin am besten machen können deswegen finde ich diese entscheidung sehr sehr mutig auf der anderen seite natürlich auch extrem intelligent und denke dass sich das absolut auszahlen wird wir befinden uns in einer sehr spannenden marktphase und wenn man sich jetzt eben dazu entscheidet in den markt zu investieren dann hat man eine sehr hohe wahrscheinlichkeit langfristig rendite damit eben machen zu können am ende ist es natürlich von mir keine anlage empfehlung sondern nur meine eigene meinung und ich persönlich bin sowieso ein sehr positiver mensch gerade wenn es um den bitcoin geht und glaube daran dass wir in den nächsten jahren sowieso noch mal höhere werte sehen werden wir sehen eben durch diese entscheidungen der unternehmen dass immer mehr personen daran glauben auch in einem größeren volumen bereit sind in den markt einzusteigen und das und das lässt eben auf entsprechend positive zukunft eben hoffen gut ich hoffe euch hat dieses kurze und informative video gefallen falls so wahr werde ich mich riesig über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erstmal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen uns die tage wieder ciao 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 ciao